Dieser Witz wurde vorgeschlagen von Robo. Zwei Bauern sind im Frühjahr gemeinsam auf ihren Wiesen unterwegs, um den Weidezaun aufzubauen. Plötzlich sagt der eine Bauer zum anderen, Schau mal, da hinten auf deiner Wiese, da vergnügt sich einer mit deiner Frau. Der andere Bauer kneift die Augen zusammen, schaut und sagt, Das ist doch gar nicht meine Wiese.